Wie sieht das Studio aus? Ihr habt mal einen Eindruck bekommen, wie hier das Studio aussieht. Das Studio von Jan. Der Jan hat auch auf meiner CD und DVD vieles mitgearbeitet. Die Triangel war von mir. Zum Beispiel. Und viele andere Percussion Parts. Und im Hintergrund läuft der Song Die Flügel im wilden Wind von den wilden Poeten. Und den haben wir einmal live aufgenommen. Im Flammenhof in Vogt. Das ist auch die Version, die auf der DVD drauf ist. Und im Hintergrund läuft die Studio-Version. Die auch dann wahrscheinlich im nächsten Jahr auf einer wilden Poeten CD präsentiert wird. Schauen wir mal. Lungenx-R예요 Lungenx-Razier Withitable